Nass bis auf die Unterhose, äh Unterhose, Unterhose meine ich, hallo und willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands und mit Feuerwerk im Hintergrund. Unsere Mission hier ist das Deaktivieren dieser vor uns stehenden Antenne, wie man sie schwach erkennen kann in der Wildmitte momentan. Und dazu müssen wir natürlich erstmal die vier oder vielleicht sogar mehr Schergen ausschalten, die diese Antenne gerade bewachen. Und ich hole mir, äh ich hole mir, wenn's gehen würde, Hilfe von den Rebellen. Ja, mal schauen. Einfach mal mit Mörser, wir machen's mal auf die etwas unkonventionelle, schwierige Worte, unkonventionelle Weise. Mal schauen. Und wir machen Feuerwerk. Oh, das ging schnell. Jupp, an mir ja. Kurz und schmerzlos. Ui. Das war, glaub ich, noch ein Fahrzeug. Immer auf den Verkehr achten. Immer zuerst nach links und dann nach rechts schauen. Wie wir's von Mutti gelernt haben. So. Hier liegt einer rum. Oh, der sieht, äh... Verbrannt aus. Warum denn bloß? Deaktivieren. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Das war der erste Streich, der zweite folgt so gleich. Jupp. Dann nehmen wir wieder... Wie weit ist weg? Ein Kilometer. Nehmen wir wieder unseren netten, kleinen Heli. Staubbereit. Oh, wir haben nur noch 40 Sekunden. Hilfe. Das könnte ja locker werden. Nicht nachlaschen. Die Elf ist der Zeit, die Antelle zu finden. Ist schon oben? Oh, naja. Na, hier ist sie doch. Drei Sekunden. Drei Sekunden. Ach, fuck. Kommt, Leute. Wo ist das Problem? Was? Das ist doch ein Scherz, oder? Oh, man. Oh, unser Heli. Bleib hier. Bleib hier. Bleib doch hier. Nicht doch abhauen. Ich war doch immer gut zu dir. Hä? Ist doch nicht drauf. Steig ein hier. Na, was denn? Ich war doch gut hier. Komm schon. Na los, auf hier. Na, also. Können wir das nochmal wählen hier? Nö. Die Mission ist weg. Ach, verdammt. Na gut, dann machen wir die, äh, was für... Ja, geht den Pfiff. Dann nehmen wir die Mission hier. Dann können wir hier landen. Jetzt wird's Tag. Das ist natürlich nicht verkehrt. An sich nicht schlecht. Aber. So. Ich hab die, glaub ich, noch gar nicht angewählt, die Mission. Kann das sein. Ups. Dann werden wir das nochmal holen. So. Ja. Da ist ein Sicario. Dicht beim Lagereingang. Okay. Hier sind, glaub ich, auch noch mehr. Als der eine. Setze Drohne ein. Da ist noch ein Tag 1. 1. 2. 2. Ah. Warte mal. Ja. Scheint jetzt hier nicht so. Äh, 4. 5. Ach, hier waren wir da auch schon, oder? Ist das... Oh, das sind das etwa... Copy-and-Paste-Anlagen hier. Oh, das wäre natürlich mies. Aber ich setz gar nicht ab. Ich seh 10. Oh, Mann. Na, Hilfe. Hm. Okay. Dann mal los. Einmal. Zweimal. Sehr geil. So. Die nächsten wären da hinten. Ich seh ne montierte Waffe. Und da oben. Ah, warte mal. Kann ich hier? So die Schalldämpfer. Okay. Dann versuchen wir mal. Nee, der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Aber... Hm. Das ist alles noch so ein bisschen... ...tricky hier. Hä? Okay. Ah, da ist noch einer. Ziele markiert. Auf dein Ziel markiert. Tango getötet. Jupp. Dito. So, da rennt einer rum. Scheiße. Okay, das war Mist. Der ist nicht so, da ist ein Tschindra. Ja, das ist ein Tschindra. Alles ist so, die Santiago. Und noch nicht so. Das ist so. Okay. Es ist schon mal, zu. Das ist ein ähnliches. Okay. Das ist ja das bisschen starb. Tango getötet. Schön ruhig. Vielleicht laufen sie an uns vorbei. Glaube ich aber nicht. Okay, Leute. Scheiße. Oh, fuck. Wo ist der Sack? Von ey. Granate fliegt. Nein. Mach ich. Mach ich gerade. Oh, Mann. Okay. Scheiße. Ich habe keine Mumpeln mehr. Okay. Okay. Das glaube ich nicht. Verdammt. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Kommen die näher? Nein, die kommen nicht näher. Momentan jedenfalls nicht. Ich habe das Ziel. Bereit auf deinen Befehl. Er ist tot. Okay. Aber sie suchen noch nach uns. Ich sehe keinen. Ich kann keinen gezielten Schuss abgeh... Oh, 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 oh. Der war einmal. Oh, sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. In... Scheiße. Scheiße. Los, weg hier. Los, komm weg hier. Das wird nicht. Die sind zu viel. Die kommen auf uns zu. Naja. Oh doch. Scheiße. Mist. Okay, wir versuchen es mal. Mal schauen, ob das überhaupt was hilft. Mh. Ne, leider nicht. Das war zu weit weg. Ah, verdammt. Ja, sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. 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 Okay, mal schauen, was sie machen. Ob sie wieder weg... äh, abfahren. Oder ob sie sich einfach nur da unten hinstellen und warten. Das wäre natürlich doof. Man kann auch nichts erkennen hier. Ja, die fahren wieder weg. Okay. Das ist sehr vernünftig. Ah, doch. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, ich sehe ihn. Oh, der ging daneben. Scheiße. Aber der hat nichts gepeilt. Der hat nichts gepeilt. Der hat nichts gepeilt. Nee, das ist eigentlich... Ich dachte, ich habe ihn gesehen, aber... Ich habe das Ziel. Ich kann loslegen. Habe ein. Okay. Alles klar bei mir. Sehr schön. Und dann kann es weitergehen. Aber ich habe das Ziel immer noch nicht angem... Oder? Doch. Geborene Anführer. Ja, okay, 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 okay. Ah, das wird noch. Hat der Tobak. Das ist... Uh, ja. Nicht einfach. Faltaktivität. Ja, immer noch. Ich werde gleich nochmal eine Drohne starten. Ah, okay, da vorne ist einer. Tango ist bestätigt. Bereits im Angriff. Ich sehe das Ziel. Er ist tot. Okay. Da oben der... Oh, was? Nein. Fuck. Was, das war's schon? Okay, die Lüft ist ein. Hm. Tango ist markiert. Was jetzt? Ziel markiert. Gibt Zeichen. Nee, das hat nicht funktioniert. Scheiße. Zu weit weg. Zu weit weg. Ja. Scheiße. Da kommt noch mehr Sicarios. Ah, kommt. Weg hier wieder. Hubschrauber. Scheiß drauf. Abhauen. Wir machen's anders. Bin drin. Los. Hallo, steck ein. Verstanden. Okay, dann versuchen wir's mal aus der Lüft. Aus der Lüft. Aus der Lüft. Das Ding ist nicht bewaffnet. Das ist natürlich auch blöd. Und, oh, 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 oh. Neil, coarsef nut sich, oh, oh. Oh, oh... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's. Oh, oh. Ah, unser Upschrauber qualmend etwas. Hört auf zu kiffen, ihr Säcke. Ich seh nichts mehr. Ah, scheiße. Oh, fuck. Hiermit sage ich erst mal Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.